und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmbausteinbaus heute habe ich für euch die sembo 8610 mitgebracht aus der technikreihe und zwar ein sehr stark an einen deutschen supersportwagen angelehntes cabriolet in silber und es sind eben auch tatsächlich silberteile und nicht einfach nur grau was auf der anleitung verschönert wurde wir haben hier 1016 steine und zu erwerben ist das ganze zb bei modbricks mit einem nach deutschland importierten endpreis mit mehrwertsteuer was natürlich für 1000 technikteile schon eine ansage ist wir haben hier aber auch etwas besondere technikteile deshalb möchte ich das set jetzt noch nicht als zu teuer abstempeln wir schauen uns natürlich zusammen an ob es diesen preis wert ist ich habe dieses set aber nicht neu gekauft sondern gebraucht da sieht man es immer mal wieder für um die 20 euro und bei diesem preis habe ich eben auch zugeschlagen wir haben hier schon mal die anleitung liegen hier sieht man auch man kann das ganze auf rc umbauen in der anleitung hat man auch den umbau beschrieben insgesamt haben wir vier bauabschnitte wir sehen hier vorne auch auf welchen seiten wir welchen bauabschnitt bearbeiten hier war ein sticker bogen drauf ihr seht das dann auch gleich an den teilen hier sind leider viele sticker dabei prints werden natürlich schöner und wie wir das von zembo kennen haben wir diese anleitungen mit einem blauen hintergrund alles was gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt nichts wird ausgegraut und neu gebaute teile werden mit pfeilen dargestellt und werden noch einmal rot umrundet der nicht rc bau geht 236 bauschritte lang und erstreckt sich auf 110 seiten und wie versprochen haben wir auch schon den rc bau hier mit in der anleitung ich finde das eigentlich ganz cool gemacht denn man kann hier die mittelkonsole und die sitze leicht ausbauen das ist ein großes element was nur mit einer achse gesichert wird und wenn man das ganze ausgebaut hat kann man dann hier seinen motor drin verbauen und der gesamte umbau ist hier beschrieben bis zur 118 seite was ich etwas schade finde wir haben leider keine teile liste dabei ihr seht jetzt aber schon mal die teile und da sind wirklich viele schöne silberteile dabei ihr wisst dass ich darauf stehe ihr seht aber auch der vorbesitzer hat die sticker leider aufgeklebt ich muss sagen ich hätte hier höchst wahrscheinlich auf die meisten verzichtet denn es sind so eher billigere transparent aufkleber wo natürlich auch so ein bisschen der dreck und lufteinschlüsse drunter sind ich hätte die aufkleber selber nicht aufgeklebt aber sei es drum wir können es jetzt nicht mehr ändern und dementsprechend würde ich sagen ich fange jetzt an zu bauen und wir sehen uns nach dem ersten bauabschnitt wieder und wir sehen uns das erste mal nach dem 76 bauschritt und damit nach dem ersten von drei bauabschnitten wieder wir haben schon ein teil von der basis gebaut wir haben die lenkung an sich schon fertig gebaut und einiges von der front die steinequalität ist bisher wirklich in ordnung der einzige negative punkt den ich jetzt hätte ist nicht beim bau sondern eher beim auseinander bauen denn ich habe sehr sehr viele pins die leider den abbauen nicht überlebt haben und da ist mir aufgefallen dass diese pins beim abbauen sehr schnell brechen beim bauen habe ich hingegen wieder gar kein problem aber trotzdem muss man ja sagen klemmbausteine sind natürlich nicht nur dafür gemacht sie einmal zu bauen und nie wieder anzufassen sondern um etwas auch abzubauen und umzubauen und das war in diesem fall natürlich schade dass hier so viele pins dabei kaputt gegangen sind bei denen die es überlebt haben ist aber trotz des abbauen sie immer noch eine schöne klemmkraft und ein gutes baugefühl dabei also wie gesagt von der erwarte kann ich mich dort nicht beschweren die lenkung ist eigentlich ziemlich simpel über ein paar zahnräder gelöst der lenkeinschlag sieht jetzt nicht atemberaubend aus aber da warten wir natürlich dann aufs fertige set wenn dann auch wirklich die reifen dran sind und die front gefällt mir vom aufbau ziemlich gut ich hätte jetzt die sticker nicht gebraucht aber wenn das set eben gebraucht gekauft wird dann sind manchmal die sticker schon drauf geklebt da haben wir darüber geredet in diesem fall hätte mir die front aber auf jeden fall auch ohne sticker gefallen also ich finde die haben sie wirklich recht detailliert umgesetzt und die gefällt mir ziemlich gut mich stören da eher diese transparenz sticker bei denen dann auch noch blasen drunter sind was ich da oftmals nicht vermeiden lässt und die nach einer gewissen zeit wahrscheinlich abbröseln werden aber dieses thema kennt ihr ja jetzt auch langsam zur genüge ich hatte auf jeden fall bisher spaß mit dem ganzen set und dementsprechend baue ich jetzt weiter und wir sehen uns dann gleich nach dem zweiten bauabschnitt wieder und wir sehen uns das nächste mal nach dem zweiten bauabschnitt wieder noch eine kleine korrektur ich habe vorhin gesagt dass es drei bauabschnitte gebe das ist natürlich falsch es gibt vier bauabschnitte fragt mich bitte nicht wie ich da auf drei bauabschnitte gekommen bin auf jeden fall haben wir in diesem zweiten bauabschnitt jetzt gar nicht so viele besondere sachen gebaut wir haben nur die kotflügel hier ergänzt und haben noch die verbindung von der lenkung zu dem lenkrad gebaut damit dann das ganze funktioniert den hauptteil der lenkung hatten wir ja aber schon fertig nach dem ersten bauabschnitt was noch wichtiges dazu gekommen ist wir haben jetzt auch ein differenzial mit hier eingebaut so dass ich beide seiten drehen das ist meiner meinung nach in einem technik set ab dieser größe bei einem fahrzeug unerlässlich leider wurde dieses differenzial ja gerade beim marktführer in letzter zeit öfter mal weggespart und das finde ich sehr sehr schade also für mich gehört in ein fahrzeug dieser größe auf jeden fall ein differenzial rein dieses differenzial ist aber jetzt simpel wie einfach eingebaut es ist das absolute standard differenzial wo wir nur die drei zahnräder einlegen dann die zwei achsen rein schieben und damit dann die kraft auf das große zahnrad vorn übertragen wird und deshalb würde ich sagen springen wir direkt zum nächsten bauabschnitt und wir sehen uns das nächste mal nach dem dritten bauabschnitt hier ist technisch an sich gar nichts mehr passiert und es wird auch bei dem fahrzeug nichts mehr technisch passieren das ist so dieser eine kritikpunkt den man vielleicht generell bei diesen fahrzeugen hier haben kann es ist eben keine wirkliche technik hier passiert nicht viel mit zahnrädern oder funktionen oder sehr sehr spannenden bautechniken sondern hier geht es eher um ein schönes fahrzeug ich meine die lenkung ist ein muss für mich ist das differenzial ein muss aber viel mehr an technik kommt hier bei diesen fahrzeugen einfach nicht rüber man muss sich dem bewusst sein wenn man es kauft es ist eben kein technik set im eigentlichen sinne sondern ein fahrzeug aus technik steinen umso glücklicher machen mich aber diese metallik silber technik steine jeder stein der darauf platziert wird er macht mich immer glücklicher es sieht halt einfach sehr sehr gut aus und ich frage mich sowieso warum andere hersteller fahrzeuge nicht viel öfter aus metallik steinen machen denn wie viele matt fahrzeuge kennt ihr wirklich und wie viele sind dann eigentlich metallik ich finde das sieht auch dann auf dem modell viel viel besser aus auch wenn vielleicht die steine dann in der produktion mehr kosten kann man das zu einem gewissen grad ja auch auf den kunde umwälzen man muss ja kein wucher betreiben aber ich bin für solche steine und die optik dann auch bereit etwas mehr zu bezahlen wenn die steinequalität passt und das passt sie hier auf jeden fall bis auf die abgebrochenen pins am anfang das ist natürlich schade wenn man es auseinander baut und dann die pins reihenweise abbrechen wir haben jetzt auf jeden fall die heckpartie gebaut wo auch der motor sitzen würde wir haben die zwei sitze reingebaut und das heck an sich das ist das problem mit aufklebern ich habe es wie gesagt gebraucht gekauft die aufkleber waren schon aufgeklebt und das sieht halt wirklich ein bisschen affig aus wenn die aufkleber so schief sind ich behaupte nicht dass ich das besser hinbekommen habe das ist einfach ein grundproblem wenn man mit aufklebern arbeitet dass dadurch schon unschönere stellen entstehen können aber das alles trübt den spaß überhaupt nicht und deshalb baue ich das ganze jetzt zu ende und wir sehen uns gleich mit dem fertigen fahrzeug wieder und damit ist das sehr an einen deutschen hersteller angelehnte silberne supersportwagen cabrio doch auch schon fertig es sieht natürlich sehr sehr schön aus und das fazit bleibt eigentlich sehr sehr ähnlich wie ich es schon im letzten bauabschnitt mit euch besprochen habe aussehensmäßig gefällt mir das ganze sehr gut zumindest für die technik teile haben sie hier einiges rausgeholt wir haben natürlich noch große spalten und offene stellen bei dem fahrzeug das lässt sich aber in dem fall leider mit technik teilen in dem maßstab nicht besser umsetzen man muss sich natürlich dann immer die frage stellen warum hat man es dann überhaupt mit technik teilen umgesetzt und nicht die funktion mit technik gebaut und das ganze dann mit system stein verkleidet das ist aber so eine grundsatz diskussion die ein mögen dass auch wenn es mit den panels und technik teilen verkleidet ist andere mögen es eben mehr wenn es dann mit system stein verkleidet ist hier gilt wie immer jeder so wie er es möchte aber man muss ganz klar auch im zwischenbauschritt eben sagen mit technik hat es bis auf die steine art nicht viel zu tun wir haben eine funktionierende lenkung der lenkeinschlag könnte auf jeden fall besser sein also man muss hier schon ganz schön rudern eh man mal hier eine 360 grad wende geschafft hat die lenkung ist nur über das lenkrad innen zu bedienen wir haben hier keine versteckte hand of gott steuerung dann haben wir das differenzial was natürlich schön ist dass es dabei ist aber so richtig sinn macht es erst wenn man einen mitlaufenden motor hat und das haben wir leider bei diesem fahrzeug hier nicht andere funktionen sind wenn man es funktion nennen möchte man kann die kofferraumklappe vorn öffnen und wir können beide türen öffnen die türen haben aber keinen richtigen anschlag sie gehen jeweils so weit auf und das ist mir an sich zu weit sie sind aber bei der bedienung recht fest und das bedeutet dass wenn man es jetzt so einstellt für displayzwecke man es auch so rumtragen kann ohne dass die türen hier irgendwo rumschlackern und als letzte funktion wenn man so möchte kann man hier hinten noch den spoiler ausfahren wenn man hochgeschwindigkeiten fährt man kann eben dann spielen dass man ihn hier auszieht er dann oben ist und auch downforce bringt das ist die maximale höhe und man kann ihn dann eben auch wieder einklappen lassen und das sind die spielfunktionen die wir bei diesem fahrzeug haben optisch hat sich seit den letzten bauschritten nicht mehr allzu viel geändert wir haben natürlich noch die a-säule für das cabrio eingebaut eine scheibe haben wir natürlich nicht und die seiten sind noch vervollständigt worden sonst ist das ganze so wie es schon im zwischenbauschritt gesehen hat und das ganze gefällt mir auch optisch ziemlich gut und das ist auch der einzige punkt warum dieses fahrzeug hier empfehlenswert sein kann wenn ihr auf silberteile steht und euch die optik dieses natürlich sehr stark an porsche angelehnten fahrzeugs gefällt dann habt ihr damit echt spaß und wenn man das ins regal stellt ist es ein hinkucher dann durch seine farbe sticht ist aus anderen technikfahrzeugen in dieser größe natürlich etwas heraus wenn man jetzt auf super viele technikfunktionen steht hat man hier zwar ein paar dabei aber da ist es natürlich nicht der burner dafür sind diese autos eben nicht bekannt wir haben hier die standardfunktionen dabei die in jedem fahrzeug dieser größe dabei sein sollten leider bei manchen herstellern ja trotzdem weggespart werden aber es ist nichts atemberaubendes an technik hier verbaut der bau hat auf jeden fall spaß gemacht in der anleitung gab es keine probleme die steine qualität ist gerade dafür dass wir hier diese silberteile haben wirklich gut sie ist nicht auf dem absoluten topniveau aber man kann damit durchaus spaß haben und wenn man das für einen fairen preis bekommt vielleicht auch gebraucht wie ich ich habe es gebraucht für 20 euro gekauft dann kann man damit nichts falsch machen und dafür gibt es dann auch eine kaufe empfehlung von mir wenn ihr dieses set selber besitzt dann schreibt immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch dieses video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick